hallo liebe fahrradfreunde dieses mal will ich ihnen eine schöne tour zeigen die von hermes keil nach uva geht zur orientierung das gebiet liegt 146 kilometer östlich von frankfurt ja wir fahren mit dem regio radler bus in rheinland-pfalz fahren wir von uva bis nach hermes keil hier eine übersichtskarte wo man die gesamten strecken der regio radler sehen kann ja hier in uva bei trier starten wir mit dem fahrradbus und fahren bis hermes keil man kann natürlich auch noch weiterfahren bis türkis mühle hier übrigens unser startpunkt in uva und hier einmal einen blick nach vorne im fahrradbus hier sind wir auch schon in hermes keil angekommen wir haben abgeladen unsere räder hier unser startpunkt auf der karte am bahnhof in hermes keil ja hier sieht man die front von dem bahnhof in hermes keil der natürlich stillgelegt ist und dort gegenüber befindet sich auch ein eisenbahnmuseum das kann man auch besichtigen da sage ich gleich noch mal was dazu ich habe hier noch mal ein bisschen die stimmung an dem ehemaligen bahnhof eingefangen ja man sieht es ist natürlich schon alles ziemlich zugewogen wir machen uns jetzt nun auf dem weg in richtung uva noch ein bisschen was zur geschichte des bahnbetriebswerks in hermes keil das betriebswerk hermes keil war bis 1903 maschinenstation und stammt aus dem jahr 1888 und liegt direkt gegenüber vom empfangs gebäude des bahnhofs hermes keil es verfügt über einen sechs ständigen rund lock schuppen ursprünglich war der mal zwei ständig also es bedeutet im grunde genommen dass nur am anfang wohl zwei lokomotiven dort platz fanden sowie eine 6 16 meter drehscheibe ursprünglich war die mal 13 meter das bw hermes keil ab 1956 außenstelle des bw simmern außenstelle aufgelöst am 1 april 1959 befindet sich in privatbesitz und wird als dampflok museum genutzt unter anderem sind dort etwa 50 lokomotiven in körpern überwiegend groß dampfloks körper zu ausgestellt ja das war mal eine kurze erklärung beziehungsweise etwas zu der geschichte des bahnbetriebswerks in hermes keil so steht es denn im internet geschrieben ja übrigens noch mal wieder zur erinnerung bitte denken sie da dran oder ihr dass das ein 360 grad video ist und man sich natürlich mit der maus über das bild bewegen kann beziehungsweise darauf klicken kann und sich dann umschauen kann in alle richtungen natürlich kann man mich auch sehen aber man kann natürlich auch die pause taste drücken beziehungsweise pause unten am unteren bildrand ist das glaube ich auf youtube ja und man kann dann in aller ruhe sich umschauen in alle richtungen man kann den himmel sich anschauen man kann mich anschauen man kann rechts und links in den in die landschaft schauen ja gut natürlich ist der fahrradweg beziehungsweise die ehemalige bahntrasse hier von hermes keil bis nach ruhe umgebaut worden zu einem wunderschönen fahrradweg ich kann nur sagen wir waren begeistert es ist sehr schön ruhig nicht viel los ich weiß natürlich jetzt nicht wie es an anderen tagen ist aber ihr seht ja es war ein wunderschöner september tag im jahre 2018 wo wir den bomben sommer hatten und wir haben dort mal in der ecke in trier ein verlängertes wochenende verbracht ja ihr seht viel landschaft viel grün und es ist wirklich super super ruhig also wer erholung und entspannung und gute luft sucht der ist hier auf jeden fall richtig gut aufgehoben auf dieser trasse so nun noch etwas zur streckenplanung die habe ich natürlich in komoot gemacht um einfach auch zu sehen wie die höhenunterschiede zu bewältigen sind also es ist weniger um sich anzuschauen wo die lech wo die strecke lang geht ich denke mal das kann jeder nachvollziehen denn es ist ja relativ easy von hermeskai geht es immer auf der bahntrasse entlang gut es gibt natürlich auch noch ein teilstück was nicht unbedingt exakt genau auf der bahntrasse lang verläuft aber parallel und es ist alles ausgeschildert also man braucht jetzt nicht unbedingt wirklich ein routenplaner und ein tablet oder ein smartphone dabei der ständig dann per komoot die die route anzeigt aber es war halt interessant einfach um mal zu schauen was einen so erwartet denn in komoot kann man sehr überschaubar sehr übersichtlich einfach auch sehen wie die wie der höhenverlauf ist und ja das wollte ich noch dazu sagen im grunde genommen es ist halt so man startet in hermeskai an dem bahnhof auf 474 meter über nn und radelt dann im grunde genommen nach vier kilometer erreicht man an 520 höhenmeter das sind so round about 45 meter unterschied wie gesagt es ist alles laut komoot wir haben auf der tour nichts nicht viel davon bemerkt weil man muss natürlich sagen dass die dass die steigungen sehr moderat sind auf dem stück von zwei höchstens drei prozent steigung das ist natürlich immer noch dem dem betrieb von damals geschuldet wo die dampflokomotiven natürlich noch nicht so leistungsfähig waren wie heutige lokomotiven aus dem grund hat man natürlich sehr darauf geachtet zu vermeiden dass man extreme steigungen hat man wollte ja natürlich auch größere mengen an güter transportieren können und und dafür wären natürlich sehr leistungsstarke lokomotiven erforderlich gewesen die stärkste war die baureihe 44 die hatte roundabout 2000 ps ja und das ist natürlich sehr kostspielig ok aber wie gesagt der höchste punkt ist dann von hermeskai aus nach 9,5 kilometer circa 536 meter über normal 0 erreicht ja wir erreichen jetzt hier kell am see hier ist das hotel zur post dort kann man dann schon mal seine erste kleine pause machen was trinken was essen je nachdem welche tageszeit ist das kann natürlich selbstverständlich logischerweise jeder selbst für sich entscheiden oder man radelt weiter und nimmt sein eigenes picknick mit ja und wir haben dort eine kleine pause eingelegt gehabt und sind jetzt aber weiter auf dem weg auf dem fahrradweg ja und es geht jetzt kontinuierlich bergab und ihr seht wie gesagt die landschaft ist wunderbar ja nochmal zur erinnerung wie gesagt laut komoot ist die strecke von hermeskai bis nach uva wo wir geparkt haben 48 kilometer lang die strecke soll laut komoot eine fahrzeit von drei stunden und zehn minuten dauern ja gut das ist natürlich denke ich mal ohne pausen ohne alles und einer durchschnittsgeschwindigkeit von 15,2 kilometer ja der niedrigste punkt ist angegeben mit 133 metern und der höchste punkt mit 538 meter ja ich hatte vorhin ja schon mal etwas früher im film gesagt 536 meter also gut da steht es nochmal ganz genau 538 meter ja und die strecke verläuft natürlich durch wenige orte von daher hat man auch nicht sehr viele einkehr möglichkeiten zumindestens nicht direkt an der strecke wie ich schon sagte in kell am see bei dem hotel zur post das ist ungefähr vom startpunkt von hermeskai aus ungefähr nach round about 14 kilometer schon erreicht also man sollte sich dann schon überlegen ob man da was trinkt ist oder etc pp weil dann kommt erst mal lange 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 nichts oder man müsste halt die strecke irgendwie die bahntrasse verlassen und dann irgendwo gucken ob man in den dörfern oder ortschaften dort irgendwas findet aber ich denke mal das halte ich immer für sehr abenteuerlich ja wir sind natürlich ein bisschen anders gestrickt wir sagen uns immer der weg ist das ziel wir nehmen dann auch schon mal was mit wenn wir wissen da gibt es nicht viel einkehr möglichkeiten oder wo man was essen oder trinken kann gut auf der tour haben wir das jetzt auch nicht weil wir davon ausgegangen sind wie gesagt im hotel zur post war ja eine möglichkeit die haben wir auch genutzt und zum kaffee werden werden wir dann noch eine andere einkehr möglichkeit nutzen es kommt dann noch was aber wie gesagt das ist relativ weit unten ist es eigentlich schon bald beinahe kurz vor uber aber gut für uns hat es von der zeit her gepasst vom kaffee trinken und ja wir genießen hier die landschaft und die ruhe ja wie ihr seht ist es natürlich auch nicht viel los hin und wieder begegnet man mal ein paar leute die sicher aus dem fahrradbus auch die tour so herum geplant haben ich denke für freizeitradler wie wir es sind ist das fahren der tour in entgegengesetzter richtung also von ruwe bis nach hermeskeil nicht unbedingt empfehlenswert zumindest nicht ohne elektroantrieb also pedelec oder ebike je nachdem wie man da so sportlich oder konditionell aufgestellt ist ja an dieser stelle noch ein bisschen informationsmaterial zu dem fahrradbus der regio radler ruwer hochwald bus fährt zwischen trier und kell am see und bindet unterwegs das rubertal und hermeskeil an der fahrradbus führt hierfür einen anhänger für bis zu 22 räder mit sich in dem rheinland-pfälzischen ferien ist der bus montags mittwochs und freitags unterwegs ansonsten nur an wochenende insgesamt sieben mal können sie zwischen etwa 9 und 19 uhr zwischen trier und kell am see in beide richtungen fahren der regio radler ruwer hochwald hat in trier den kann man diverse strecken in den aller richtungen klammer zu anschluss an die bahn zudem bietet der linienverkehr der hauptlinie r 200 ebenfalls eine fahrradmitnahme von bis zu vier räder in einem hecklast träger an die linie fährt zwischen türkismühle über hermeskeil nach trier und bietet werktags stündlich und am wochenende alle zwei stunden jeweils ab 9 uhr bei allen fahrten die fahrradmitnahme an ja das mal so noch als info aber wie gesagt bitte im internet selber weiter schlau machen ach ja hier sind wir haben wir einen zwischenstopp gemacht da gab es ein paar apfelbäume am wegesrand ja und wir haben natürlich da schon mal ein bisschen fallobst eingesammelt und in die fahrradtaschen gepackt ja mit dem fahrradbus das ist eine prima sache ich muss noch dazu sagen ach ja was steht hier noch bitte beachten sie dass die linie r 200 zwischen trier und türkismühle weder e-bikes noch pedelecs transportieren kann also ich denke mal von trier bis bis nach hermeskeil wo wir mit dem fahrradbus gefahren sind habt ihr am anfang gesehen der hat einen richtigen fahrrad anhänger da ist das nicht so ein problem weil wir ja auch mit unseren pedelecs unterwegs waren von daher denke ich mal stellt das jetzt nicht das problem da aber ab türkis beziehungsweise ab hermeskeil bis türkismühle das ist wohl dann nur so eine art am bus montierter hecklast träger und der ist natürlich dann nicht unbedingt geeignet für schwer lastigere fahrräder ja das mal so am rande dazu aber wie gesagt bitte im internet schlau machen wann und wie die busse aktuell dann fahren was ich noch wichtig finde zu erwähnen wir haben das ohne voranmeldung gemacht das war insofern ein fehler ihr werdet sicher demnächst noch bald eine tour auf dem anderen sehr schönen fahrradweg bahntrassen weg von daunen runter an die mosel der ist ja auch sehr bekannt den ich auch hier noch demnächst einstellen werde dort sind wir auch ein stück gefahren wir sind allerdings genau aus dem grund den ich gleich nennen werde in entgegengesetzter richtung gefahren wir sind von wittlich hoch richtung down geradelt denn dort ist es wirklich sehr ratsam sich anzumelden und einen platz auf dem fahrrad anhänger zu buchen aber hier war das jetzt irgendwie nicht erforderlich bzw wir haben es nicht gemacht wir haben auf gut glück einfach uns in ruhe hingestellt und das hat ja wunderbar geklappt obwohl der fahrrad anhänger um die zeit morgens auch schon recht gut besucht war aber wie gesagt das nochmal in dem anderen video was ich noch erstellen werde dem mare mosel radweg wie gesagt wir sind von wittlich bis in richtung down ein großes stück gefahren ja eben weil wir den fahrrad bus dort nicht nutzen konnten wir haben uns in wittlich dort angestellt auf dem busbahnhof und ja der anhänger war schon voll aber wie gesagt dazu in dem anderen film dann mehr ja übrigens für alle die aus der region kommen und die gegend kennen hier nochmal kurz die die bahnhöfe die es hier alle auf der strecke zwischen hermes karl und trier gab also nach hermes karl reinsfeld dann kell am see dann nieder karl bahnhof schillingen dann serf hentern ja wir sind hier übrigens jetzt an einer der nächsten möglichkeiten wo man gastronomie genießen kann bzw in anspruch nehmen kann wir haben es uns angeschaut wir fanden es jetzt nicht so prickelnd für ja für kaffee und kuchen wir waren uns nicht sicher und sind dann doch noch ein bisschen weiter geradelt zum glück und haben später noch eine dame getroffen die uns einen guten tipp gegeben hat ja wir radeln also weiter und wo war ich stehen geblieben ja bei den bahnhöfen also wie gesagt hermes karl reinsfeld kell am see nieder kell bahnhof schillingen serf hentern burg heid bahnhof bluwig gusterrad sommerau korlingen waldrach kassel mertesdorf und dann in die trier uva bahnübergang uva straße ja das waren mal so die bahnhöfe die es wohl früher mal auf der strecke alle gegeben hat für die einheimischen oder die die strecke viel früher gefahren sind und sich noch auskennen werden die namen sicher der bahnhöfe alle noch kennen so nun noch etwas zu dem Weinangebaugebiet ruverwein ja ich denke mal natürlich mosel saar und ruver bilden ja hier eine saar-ruver-weine-gemeinschaft die auch unter diesem gebietsnamen sicher gut bekannt sind tja was findet man dazu geschrieben ruverwein bezeichnet den wein der an den hängen des unteren ruvertales bei trier gewonnen wird der ruver ist ein nebenfluss der mosel die weinlagen sind teil des weinbaugebietes mosel das bis zum frühjahr 2007 mosel saar ruver hieß seit 1998 bildet der bereich ruvertal einen der sechs weinbaubereiche des anbaugebietes mosel seit römischer zeit wird an der ruverwein angebaut ein beleg hierfür ist das relief winzer im weinkontor das bei einer mühle in mertesdorf gefunden wurde und in das jahr 2 zweites jahrhundert datiert worden ist ja also das mal so ein bisschen zur historie des wein anbaugebietes so nun noch ein paar kilometer ja man sieht jetzt schon rechts und links ein paar weinhänge ja was wollte ich sagen ein paar kilometer bis zur hotel karls mühle das erreichen wir jetzt hier auch schon ist wunderschön gelegen man kann dort natürlich auch übernachten es ist also buchbar über hrs trivago booking.com ich sehe gerade irgendwas mit 87 euro gut die preise wir gehen ja immer nur stetig weiter nach oben ja wie sie sehen oder ihr seht ist ein sehr schön ich denke mal es ist ein weingut ein ehemaliges oder es wird auch glaube ich noch wein hier von hier aus verwaltet angebaut etc pp man sieht ja hier das werden wohl die ehemaligen gutshäuser sein ja wir sind auch schon wieder fertig mit dem kaffee trinken und kann ich nur sehr empfehlen ist sehr schön ja hier habe ich noch eine eidechse sogar entdeckt und gefilmt das war jetzt leider mit dem handy ja der nahbereich großaufnahmen sind da ein bisschen schwierig ja wie gesagt sehr schön gelegen sehr gute bedienung sehr nett sehr schönes ambiente da ist auch noch ein altes mühlenrad ist sehr romantisch kann ich nur sehr empfehlen ja wir machen uns wieder weiter auf den weg weiter richtung ruwer ja hier öffnet sich natürlich dann schon die landschaft mehr das talgebiet ist jetzt nicht mehr so eng wir sind ja wie gesagt die ganze zeit immer parallel an der ruwer entlang geradelt also die bahntrasse verläuft mehr oder weniger immer parallel mal näher mal weniger näher immer an dem flüssigen ruwer entlang ja der film neigt sich auch bald schon dem ende zu bei der gelegenheit also diese bahntrasse kann ich ihnen oder euch nur wärmstens empfehlen wenn ihr mal da in der ecke seid oder dort mal urlaub macht oder camping oder was auch immer fahrt diesen schönen radweg ist wirklich eine ganz tolle erholung ist wunderschön viel landschaft wer es liebt wird es ganz toll finden ist total entspannend mit kindern auch für ältere leute also ich war begeistert ja mit diesen worten möchte ich mich dann auch verabschieden wünsche euch wie immer viel spaß beim nachradeln ja wir erreichen jetzt gleich unseren parkplatz dort kann man auch gut parken werdet ihr gleich noch sehen ich sag schon mal tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal